So, weiter geht's. Nachdem euch einfach meinen eingefrorenen Panzer rote, können wir weiterzocken. Frohn, er ist nicht. so weiter geht's kann ich mir doch eine runde zocken jetzt zurück zu stefan okay muss ich schlafen nie bevi oh ich habe sie aus dem schlafen 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 Hilfe! Hilfe! Was tut man? Hilfe! Wo ist Stefan? Was ist aber? Uiuiui Uiuiui Eins, eins, was eins Ja, Baby Da ist der Button Ich weiß es aber gar nicht so wirklich wie ich bin und wie ich hier bin, um ehrlich zu sein Verdammter Arzt Achtuz, weiter Na 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 Achtuz Wie haben Sie Stefan repariert? Ah, ich musste nur ein wenig basteln Wo das Funkgerät ist hinüber Großartig Bringen Sie uns zur Funkgerät Wie großartig ist das das Funkgerät? Ja, das ist so, wo muss ich denn lang? War lang Das ist die Basis Was jetzt? Und jetzt? Vergeben Sie mir Deckung, wenn möglich Ich suche die Dokumente Oh, da muss ich schon wieder raus Verdammte Axt nochmal Wo muss ich denn hin? Verdammt Dokumente, ich komme Hier komme ich aber nicht rein Verdammt Wo komme ich hier rein? Kann ich hier reinkriechen? Ich will hier rein! Verdammte Axt nochmal Wo komme ich dann rein? In dieses verdammte Gebäude Okay, ich glaube ich Ein bisschen verlaufen Würde ich mal behaupten Alter! Nerv nicht So, also hier bin ich ja nicht reingekommen, oder? Nö Nicht wirklich Zieh aus Ich bin ja vollkommen verkehrt gelaufen Ich bin ja vollkommen verkehrt gelaufen Ey, du Schweinehund Schaut! Zieh zu! Zieh ich mich! Uuuuuh! So, jetzt brauche ich mal die Geheimdokumente bitte! Dum 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 So! Was ist das hier? Nein, was ist hier passiert? Nein, gib mir die Geheimdokumente! Ja! Strong Geheim? Oh! Ich denke das war's Das war's Das war's Ja, das war Das war's Strong Geheim Lass uns zur Zentrale fahren Oh mein Gott, ich Die finiere noch mal ich war halt vorbei der Feuerwehr Komm Junge weiter geht's Dum 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 Niye? So! Müssen wir hier durch? Ich weiß es nicht. Wir machen es einfach. Okay, das war wohl nicht. Bin ich hier durch? Ah, ich denke nicht. Nicht mal wieder verfahren. Aufgabe. Komm, weg den Bom. Abgehangen, Junge. Schlaffi. Oh, verdammt. Ich sehe sie nicht. Sie sind getroffen. Fahren aber noch. Oh, wo ist er denn? Wohl, aber ich sehe sie nicht. Wohl, ich fallen vor. Wo sind die denn? Der macht keinen Lust mehr. 12 Uhr. Ja, ja, 12 Uhr, 1 Uhr. Was willst du? Was willst du in die Berührung haben? Winterschutz. Weiter suchen sie uns Deckung. Schnell. Nein, ich will es mich nicht hin. Wie geht es denn? Wie geht es denn? Wie geht es denn? So, wie geht es denn? So, wo ist man dann? Oh, da hat er schon wieder irgendwas geballert, oder? Ja. Hunde! Jetzt und jetzt. Hier rein bitte. Naja, das weiß ich nicht. Hier kommt richtig. Und die Anerkennung von uns geschätzt. Höhe von der Wetter. Gerade die Rechte ist Anerkennung. Die Rechte ist sehr schön. Das war's für heute. Hartmann? Dieser Idiot! Halten Sie den Mund! Er hat seine Pflicht getan, wie wir vorhin. Seine Pflicht? Nein, er war ein Verräter. Von uns. Fangen Sie weiter zum Hauptnacht hier. Wo sind die? Wo sind die Verteidigungsstellungen? Kommandant, was ist hier los? Ich werde es herausfinden. Sie reißen sich zusammen. Recht, Schröder, reiß dich zusammen, die Hund. Wir sind doch die Verteidigungsstellungen. Verteidigungsstellungen! Oh mein Gott. Es geht alles dem Bach runter. Mensch, Peter, was machen wir denn jetzt? Tja, das weiß er wohl nicht. Peter. Lilla. Oh, der hängt da, aber bescheuert. Was ist denn hier raus? Das ist die große Verteidigung. Hier sollte sie doch sein. Wir sind allein. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich besorge uns ein intaktes Funkgerät. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken und die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigene Leben nicht erkannt. Ja, da ist keiner hier. Ja, das ist gut. Wir sind hier, um Deutschland zu verteidigen. Verflucht! Sind Sie verrückt? Peter, schnell! Zurück in den Faser! Ja, nein! Zurück in den Faser! Ich komme! Alle! In Bewegung bleiben oder Deckung suchen! Irgendwelche Befehle, Kommandant? Warte, das ist gut mit der Füge. Ich bin so alleine. Ich bin so alleine, ich bin so alleine kaputt. Da sind noch wer! Durchhalten! Wo? Kann ich hier auch einfach bleiben? Ich habe keine Szenen zu fahren. Ach, scheiße. Ich habe alles kaputt hier. Das ist der Geiz. Hey, hey, hey. Ich bin so süß. Das sind Raketenwerferlinger. Die sind echt kies. Mach mal mit. Ich habe noch einen verpasst. Ja, man. Wir rappelieren uns sehr schwer. Peter! Wir sind in der Unterzahl! Wir können nicht gewinnen! Halt's Maul, Verräter! Wir dürfen uns nicht ergeben! Wir müssen kämpfen! Ja, aber das ist ja ein richtiger Patschurionet, Junge! Was ist denn der scheiß Panzer? Oh man, schon mal vorbeigeworzt! Und da sind doch noch mehr, Mann! Geht weg! Der macht keinen Mucks mehr! Was ist denn jetzt noch? Alter, ich bin doch allein! Die erzeugen das! Aber die tun mir fast gar nichts! Da sind noch mehr! Durchhalten! Jetzt mal eine Runde reparieren sie nebenbei! Ja, wie sind sie denn? Ich hab ja auch mal in der Mitte stehen! Oh, es war ja easy! Nein, da kommt noch was! Komm her! Komm her! Der Schuss ist abgeprallt! Scheiße, was ist das? Ich treffe hier nicht! Das Ziel ist erledigt! Sie sind getroffen! Fahren aber noch! Weiter so! Verdammter Axt! Ich kann mich bewegen hier! Ich kann mich nicht bewegen! Geh weg, Alter! Alter, ich hasse diese Gegner und ich treffe da auch nicht, oh nein. Entschuldigung! Jetzt muss ich aber noch ein bisschen reparieren, danke. Oh, die Fugelgegen! Ich fahr jetzt noch ein bisschen crazy. Ja, 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 nervt mich, Mann. Dum 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 dum. Aber jetzt kriegst du einfach zu gut, witzig. Ziel getroffen! Vorsicht, Panzerfaust! Blüder mit, Alter! Das sind so viele, Mann. Das sind so verdammt viele. Wir müssen helfen, was tun! Ja, reparieren wir, nice. Ja. Was ist das denn, Mann? So, jetzt sind wir uns die drei da hinten vorne, dann könnte es wirklich mal zu Ende sein hier. Ja, ja, der Monitor wird nicht ausgeschaltet. Nein, ich will das nicht. Warum nixens? Ja, das ist ja... Ja, das ist ja... Ja, das ist schon mal los. Oh Gott! Ja, Mann, ich will ja decken, Mann! Wo soll ich hin, Mann? Wo kam das denn her? Ja! Hallo, ich will mich reparieren. Oh Gott, das ist so viel Feuer hier. Aber ich bleib einfach hier stehen und reparier mich in aller Ruhe. Die patsche ich da durch. Ja! Na, danke! Huuuuh! Muss ich da lang? Ich weiß es nicht! Das ist überall Feuer! Oh Gott, ich seh gar nix! Muss ich hier lang? Ich seh doch einfach nichts! Was soll denn der Scheiß? Nein! Hier muss ich nicht lang! Ich hab keine Ahnung, Alter, ich fall jetzt da hinten lang. Oh Gott! Ich hab mich verhalten und ich seh einfach nichts! Weil hier bin ich viel, Alter, ich hab mich in dem Scheiß-Auto verhalten. Warum? Das ist so viel Feuer. Ok! Was ist denn hier lang? Hä, Mann, Mann was ist denn hier los? Was ist denn ein Sprintling oder was? Wir sind so gut, wir gewinnen den Krieg. Ja! Okay. Oh nein! Wo sind wir denn jetzt? Oh nein, jetzt ist auch noch die Kette abgefallen.